Gestern wurde der neue Haushaltsplan der Bundesregierung veröffentlicht. In ihm enthalten sind alle Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2024. Also die Antwort auf die Frage, wofür gibt die Bundesregierung ihr Geld aus? Eines muss die Bundesregierung nun endlich verstanden haben, nämlich dass klimaschädliche Subvention, also die finanzielle Unterstützung von fossilen Infrastrukturen, kontraproduktiv und absolut schädlich ist. Zumindest hat sie es jetzt mal geschafft, eine Steuer zu erheben auf Flugtreibstoff für Inlandsflüge. Das ist diese sogenannte Kerosinsteuer. Das zeigt, dass Druck wirkt. Das zeigt aber auch, es braucht mehr davon. Denn das ist nur der erste Schritt. Im Haushaltsplan steht auch, dass der Preis für CO2 teurer werden muss. Das soll zum einen Anreiz bieten, weniger zu imitieren, also weniger CO2 auszustoßen und gleichzeitig soll das Geld für den Klimaschutz reinbringen. Was erstmal irgendwie gut klingt, hat aber einen Haken. Und zwar bedeutet es, dass es einen Mehrkostenaufwand für die Bevölkerung hat. Diese Folgen werden Kosten für das alltägliche Leben der einfachen Bevölkerung haben. Und das aufzufangen, das sieht der Haushalt überhaupt gar nicht vor. Was also gut klingt, ist für die Mehrheit vor allem teuer. Aber so muss das nicht sein. Denn das Geld, das ist dafür da. Nur halt nicht bei der Bundesregierung. Dafür hat nämlich die Steuerpolitik der letzten Jahre gesorgt. Während die Preise für Essen, für Heizen, für Strom immer teurer werden, gibt es noch immer keine Vermögenssteuer. Der Spitzensteuersatz, der ist in den letzten Jahren einfach immer weiter gesunken. Die Unternehmenssteuer ist viel zu gering. Und was bedeutet das denn eigentlich überhaupt? Das bedeutet, in Deutschland werden die Reichen von der Bundesregierung nicht angefasst. Wenn Nahrungsmittel, wenn Heizen und wenn Strom immer immer teurer wird, dann bemerken das vor allem die Armen. Den Geldbeutel der Reichen, den interessiert das nicht wirklich. Das heißt, während Menschen mit niedrigem Einkommen ihre Heizungen runterdrehen, weil Heizkosten immer weiter steigen, sitzen sehr Wohlhabende immer noch in ihren Wohnungen, ja, wohlig warm und ziemlich unbekümmert. Und wenn Lebensmittelpreise steigen, dann ist das vielleicht ärgerlich für sehr Wohlverdienende, aber es ist fatal für Leute, die ein ganz niedriges Einkommen haben. Und wir dürfen die Leute da nicht alleine lassen. Ich finde es gerade so absurd, dass jetzt gerade Erleichterungen für Landwirtinnen gestrichen werden und gleichzeitig die geringen Steuern für Superreiche nicht angetastet werden. Mir war vorher auch nicht klar, aber es sind 48 Prozent, die ein Normalverdiener an Steuern und an Sozialabgaben abgibt, während es bei Superreichen gerade mal um die 26 Prozent sind. Und so darf Politik nicht aussehen. Wir brauchen Klimaschutz, aber er muss halt sozial gerecht sein. Und das, was gerade im Haushalt beschlossen wurde, ist vor allem eins. Ungerecht. Wir stärken den sozialen Zusammenhalt. Ist das euer Ernst, liebe Bundesregierung? Herr Scholz, Sie machen gerade genau das Gegenteil. Sie machen Klimaschutz auf dem Rücken der normalen Bevölkerung. Sie spalten damit die Gesellschaft. Sozial ist hier wohl abhandengekommen. Denn das ist kein Haushalt, der für die Menschen gemacht ist, die sich am Ende des Monats fragen, wie sie noch über die Runden kommen, sondern für diejenigen, die sich das gerade nicht fragen müssen. Wo sind die Steuererhöhungen für Reiche? Wo sind die Steuern für Unternehmen, die erhöht werden, weil sie sich an der Klimakrise die Taschen voll machen? Warum bekommen wir Kreuzfahrten und Dienstwägen und Flughäfen und Finanzspritzen, während andere Menschen in kalten Wohnungen sitzen? Priorisieren heißt deshalb, miteinander zu klären, was wir uns leisten können und was nicht. Anscheinend wurde hier genau eins priorisiert, nämlich den Reichen nichts wegzunehmen. Wegen einer Sonderregelung für Redereien, der sogenannten Tonagesteuer, fielen auf die Unternehmensgewinne nur 0,65% Steuern an. Kritiker sagen, das sei obszön wenig, was da in die Steuerkasse fließt. Bei den derzeitigen Erträgen von einfach Leuten ist das völlig richtig. Das heißt, Sie finden es selber gerade so ein bisschen schwierig, dass Sie so viel verdienen daran? Ach, das ist richtig, ja. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Wesentlich zu viel. Ich habe mir das ja nicht ausgedacht. Ich war selbst überrascht, als ich so erst mal dahinter kam, wie diese Tonagesteuer abgerechnet wird. Das ist ein Anachronismus. Da es das in allen anderen Branchen nicht gibt, finde ich es auch ein bisschen komisch, sage ich ehrlich. Es ist an der Zeit, dass wir das soziale Zusammenhalten auch endlich leben. Und dazu gehört nun mal, dass Wohlvermögende und sehr Gutverdienende auch ihren Teil der Verantwortung dazu beitragen. Denn nur so schaffen wir es als Gesellschaft, Krisen zu bewältigen, die uns wirklich alle betreffen. Und wir wissen eigentlich, was wir wollen. Wir wollen ein soziales, gerechtes Miteinander. Und dafür braucht es die Politik, die die Weichen stellt und die Grundlage bildet. Und wir brauchen Klimaschutz. Klimaschutz ist notwendig. Aber er muss sozial gerecht sein. Und wenn ihr das auch gerade ungerecht findet, was gerade abgeht, dann kommt mit uns auf die Straße in Berlin. Am 3. Februar um 13 Uhr. Für eine Klimapolitik, die sozial ist, gerecht ist und vor allem jetzt.